Schalt mal die große Gruppe rein und dann machst du mal ein bisschen Attacke. Hallo Freunde, wie geht´s und wie geht´s hier? Vielen Dank. Ich will mal was fragen heute. Warum denkt ihr, dass wir besser sind? Nur so bitte. Sag mal, geht´s gut. Warum willst du die Frieden immer handreiche und Frieden machen? Das machst du nicht. Du bist die Friedenbrichter. Ich werde lassen. Aber das darfst du nicht. Du bist die Friedenbrichter. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Beide. Du bist der selben Typ. Und noch. Aber das darfst du einfach Leute verarschst. Und noch. Okay, sehr klar. Warum machst du das? Hm? Kannst du mir das mal erklären? Das darfst du dir mal. Warum noch? Hast du es? Hast du es? Hast du ein Hauchklaut? und dein Frau schlägt? Und deine Frau schlägt? Und dein Kind schlägt? Das ist das Problem. Ne, ich lege mal, warum ne, kannst du mir das mal klären, kannst du mal klären, warum Ich glaub, du hast irgendwo ein Faust, na, du siehst Lüge und andere Leute leiden Und ich frage dich, warum Und dann kommt jetzt der Lüge Das Lüge Warum, dass du nicht wachst So, ich will noch was zu sagen Du bist hauptlich net, ein Zusauer Dein Und dann fiel einer Ich hab da eine Anlöse gemacht Und ihr an alle Zusauer, die woanders sind und die zum Triff sind in meiner Meinung Klar, also macht das ihr, das ist mein Mann Und dann spüchen wir viel Gut, dass du nicht was, wie du denkst Snwell Und dann, dass du nicht hörst, wenn du nicht hörst, weil du nicht hörst Und dann bin ich die Düge